Das nächste Lied heißt das Motto. Ja, wir haben ja alle ein Lebensmotto im Endeffekt. Und ja, dieses Lebensmotto bedeutet ja, man muss eigentlich die richtigen Dinge im Leben sehen und nicht immer nur die Randprobleme. Wofür denn demonstrieren, den Elefanten deklarieren und kommunizieren, schon Veränderung spüren, wir müssen das Leben retten. Wie wollen wir das bezwecken, bei uns selbst beginnen? Womit wollen wir den Staaten auf Politiker wappen, im Überfluss baden? Wofür denn demonstrieren, den Elefanten deklarieren und kommunizieren, so Veränderung spüren? Wofür denn demonstrieren, den Elefanten deklarieren und kommunizieren, schon Veränderung spüren, wie fair sind Vermögen verteilt? Es ist dem Unrecht ausgefeilt, lange Zeit für Reformen kommen am Ende von oben, schollen dafür, sie loben, das ist unser Problem. Wofür denn demonstrieren, den Elefanten deklarieren und kommunizieren, schon Veränderung spüren? Jede Mitwirkung wird unterdrückt, jetzt mal hoffentlich geglückt, dass alle beginnen und den Elefanten wegbringen. Dankeschön!